hallo und willkommen zu einer neuen folge defy gravity so heißt mit mir dem nico hier aus tv und gott und da so und genau das in die spiel was sie jetzt schon seit einer zeit lang spiele seit ein paar tagen das wahrscheinlich gar nicht so schlecht wenn ich das so gerade hochkrieg der wird mich gut doch nicht ach das war knapp so und jetzt muss ich wahrscheinlich unterm springen das machen ich darf das andere portal darf nicht weg wenn das andere portal weg geht dann fliegen sie ja wieder geradeaus habe ich ein ziemliches problem geht es gut oh gott das geht nicht gut jetzt warte ich bis ein paar draußen sind und kann ich gleich weiter springen nein das finde ich jetzt nicht schön das gibt es nicht so das ist doch schon mal besser so war jetzt sogar ziemlich schwer und challenging nicht Fuck. Boah, also das ist ja wieder vorne mit keinem bewegenden Plattformen. Wolltest du mich verarschen? Oh! Nein! Oh no! Oh nee! Scheiße, wie mach ich das? Oh! Ja klar! Das Problem ist, dass ich halt keine Zeit zum nachdenken habe. Fuck, ich hab den falschen Knopf schon wieder gedrückt. Dann läuft das Portal halt wieder weg, gar... Ach komm, mir gesichtigen Ninja Blades! Oh Gott! Ich hab meine Chance eh schon verpasst. Oh Mann, oh! Wenn da drüben jetzt wieder nur so ein verkackter Knopf ist und ich schon wieder zurück muss. Ehh! Ehh! Ja! Komm schon! Ich hab irgendwie so ein Gefühl, dass das wirklich nur Knopf sein wird! So! Jetzt hab ich Sachen zum überlegen... äh, Zeit zum überlegen. Okay! Okay! Ich geh da drauf. Da tu ich unter mir ein Schupfportal. Kann ich eigentlich gleich machen. So! Und das dann darüber... Ups! Ah, scheiße! Egal! Jetzt hab ich ja wieder genügend Zeit so gesehen. So! So! Puh! Was ist da links? Nix! Nix! Drrrrrrrrrrr! Hahaha! Tss. 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 Oh Gott! Och du Scheiße! Oh, das war mein Handy Falls man das gehört hat, das vibriert hat Aber da habe ich jetzt leider keine Zeit für, wer auch immer das war Das hier durch Nein! Scheiße, beim letzten Ding war ich Wobei, das war jetzt nicht sehr schwer, wenn ich ehrlich bin Scheiße Oh ne, jetzt kriege ich es nun mal hin, wahrscheinlich Komm, sprich, spritz deine Babys raus Klingt zwar extrem falsch, aber So, zack So Weg von mir, ihr bitches Ich vergiss mal, dass ich das Schild habe Oh, jetzt ist es für immer da Kaum sagt muss Oh nein Oh, oh Äh, ja klar Die kommen Oh Gott Ah Huh Gravamancer Emperor You won A Paul Fisher Game Damit habe ich das Spiel wohl geschafft Wiii, interessiert keinen So ungefähr Paul Fischer Paul Fischer Oder Paul Fisch nur Der hat Ich glaube Paul Fischer Games heißt Das Dingern sozusagen Also Ich muss sagen Ich fand das Spiel eigentlich ziemlich cool Es war zwar kurz und teilweise ziemlich einfach Och nee Aber Was soll ich sagen Ähm Ähm Äh, nein, was soll ich jetzt sagen Hier Shadow Crypt War angepriesen, dass es extrem schwer sein soll Und war voll einfach so ungefähr So Das will ich jetzt aber noch machen So Will ja noch schauen, was es hier noch so alles gibt Ob es hier jetzt noch ein Easter Egg oder so gibt Weil da ist noch eine Tür So The true challenge has just begun Es geht noch weiter to hard mode Hard mode is a much much harder game You have no anti-wares All enemies are gravity Oh nein Oh Ich hab keine Oh Ich hab keine Orangenen Portale Das ist ja fies Ich hab keine Orangenen Portale Na gut Das werd ich aber auch noch machen Oh scheiße Gut zu wissen, dass es Checkpoints aber trotzdem noch gibt Boah, wie mach ich denn sowas jetzt So, so Oh Fuck So Ja, zack, zack Na gut Dann was ist aber für diese Folge Und dann sage ich Bis zum nächsten Mal Moment Okay, das Level mach ich nur schnell Oh Gott Oh Gott So, okay Dann war's das für diese Folge und ich sage bis zum nächsten Mal Ich hoffe es hat Also, ich hoffe es hat euch gefallen Und tschüss